Musik 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 Ja, ich glaube, das war ein gelungener Abend. Mhm, das fand ich auch. Zum ersten Mal bei ihm, privat. Es war so eine Art Test für ihn. Er wollte mal sehen, wie seine Angestellten sich so bewegen, wie sie sich benehmen. Was sie so reden, ob sie auch was zu sagen haben. Den Test hast du bestanden. Ja, ja, ja. Ja, ich war irre gut gelaunt. Ich hatte so das Gefühl, ich weiß genau, worauf es ankommt. Naja, aber du hast auch Eindruck gemacht. Er nahm mich mal beiseite und sagte, sie haben ja eine reizende Frau. Sagte er? Ja, er sagte, sie sieht ja wirklich ganz fantastisch aus. Wenn der wüsste. Wenn der was wüsste. Und dass das Kleid, das ich anhabe, noch nicht einmal bezahlt ist. Na ja, muss er ja nicht wissen. Es kam nur auf den Eindruck an, den wir machten. Und genau den haben wir gemacht, auf den es ankam. Na nun, was mit dem Wagen ist. Wieso? Was ist denn mit dem Wagen? Ja, merkst du das nicht? Der schwimmt so. Warte mal, ich fahr mal rechts an. Das gibt's doch nicht. Wir haben Platten. Und was machen wir jetzt? Reifen wechseln, was sonst? Hoffentlich kann ich das noch. Die letzte Reifenpanne hatte ich vielleicht vor zehn Jahren. Kann ich dir helfen? Mit dem Kleid, das noch nicht bezahlt ist? Nein, nein, ich mach das schon. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist? Das Reserverad hat keine Luft. Und was können wir machen? Gar nichts können wir machen. Nach Hause laufen können wir. Mit den Schuhen? Na ja, siehst du irgendwo eine Telefonzelle, dass wir uns ein Taxi rufen können? Ich seh keine. Na ja, vielleicht können wir da in dem Haus telefonieren. Ich meine, die sind ja noch auf. Du kannst ja doch nicht stören. Ich will ja gar nicht stören. Ich will ja nur ganz schnell ein Taxi rufen. Hallo? 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 Ist da jemand? Muss doch jemand da sein. Geh nicht weiter, Werner. Warum denn nicht? Ist doch merkwürdig. Das Licht brennt, die Tür steht offen. Verzeihung? Sieh dir das an. Und keiner meldet sich. Was sollen die Leute denken, wenn sie uns hier finden? Was denn für Leute? Ist ja keiner hier. Ja, wer weiß, wo sie sind. Vielleicht oben. Ach, hätten uns längst hören müssen. Da ist noch ein Raum. Hallo? Da liegt jemand. Ich glaube, der ist ohnmächtig. Darf ich Ihnen helfen? Hilde, der Mann hier, ich glaube, der Mann hier ist tot. Voller Blut. Komm, weg. Raus. Der Wagen. Da draußen stand doch ein Wagen. Bleib hier. Bitte geh nicht raus. Aber du musst doch sehen, wie ein Pferd. Du musst doch sehen, was hier los ist. Bitte nicht. Der Mann da drin, der ist doch hervorget worden. Das ist doch hervorget worden. Hallo, sind Sie verrückt geworden? Polizei, wir müssen zur Polizei. Komm, ich heil! Los, komm schnell. Los, komm, ich heil! Kleinen Moment bitte, ja? Kleinen Moment bitte. Ich habe das Blut eines Toten an der Hand und er sagt, kleinen Moment bitte. Wo kann man das denn mal abwaschen? Ja, ich lasse die Unterlagen raussuchen. Reicht das, wenn ich sie morgen rüberschicke? Ja, das reicht. Wichtig sind mir die ersten Protokolle. Gute Nacht. Nacht. Widersprüche, was? Ja. Im ersten Moment geben Sie alles zu, aber dann... Streiten Sie wieder alles ab, das kennen wir ja. Gute Nacht wieder. Gute Nacht. Wir haben einen Mord zum Händen. Was sagen Sie da? Moment bitte, ja. Herr Berlik, kommst noch mal bitte. Einen Mord? Ja, ja. Hier wird ein Mord gemeldet. Guten Abend. Guten Abend. Ja, also wir glauben jedenfalls, dass es ein Mord ist. Meine Frau und ich, wir haben einen Toten gefunden in einem Haus, vor dem wir eine Panne hatten. Wir wollten in das Haus gehen, um zu telefonieren. Wir wollten eine Taxe uns rufen und, ja, die Tür stand offen. Es war Licht in dem Haus, aber es meldete sich niemand. Es war so, als ob keiner in dem Haus ist, aber in einem Zimmer, da haben wir dann den Toten entdeckt. Dann hörten wir einen Wagen starten, ich rannte raus und sah den Wagen, der in der Einfahrt stand, wie er rückwärts fuhr. Der rammte noch unseren Wagen und, ja, dann fuhr er los, gab Gas und weg war er. Haben Sie das Kennzeichen? Nein, das konnte ich nicht sehen, er hatte das Licht voll aufgeblendet. Wann war das? Das war vor ungefähr einer halben Stunde. Wo ist das Haus? Welche Straße? Das Haus hier? Ja, 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 hier steht mein Wagen, das ist es aber. Das ist jetzt ganz dunkel, das war vorhin hell. Das Tor ist jetzt zu. Ja, das war offen. Ja, bitte, wer ist da? Kriminalpolizei, würden Sie uns bitte mal hereinlassen? Polizei? Ja, machen Sie mal bitte auf. Darf ich fragen, was Sie wollen? Um was geht es denn? Ja, lassen Sie uns erstmal rein, bitte. Einen Moment. Guten Abend. Guten Abend. Sie haben einen Toten in Ihrem Haus, in Ihrer Bibliothek liegt ein Toter. Was reden Sie denn da? Wer sind Sie? Ich sagte es schon, Kriminalpolizei, mein Name ist Derrick, das ist Herr Stetten und seine Frau. Sie sagen, dass in Ihrem Haus etwas passiert sei. Was soll denn passiert sein? Bitte kommen Sie herein. Danke. Darf ich fragen, wer Sie sind? Ich bin Frau Baum, die Haushälterin. Die Haushälterin von wem? Ich meine, wer wohnt hier eigentlich? Dr. Stoll und sein Neffe, Herr Stoiber. Sind die Herren zu Hause? Nein, ich bin allein im Haus, aber die Herren werden jeden Moment hier sein. Sie haben von unterwegs angerufen. Da geht es ins Wohnzimmer. Ja, da geht es zum Wohnzimmer. Moment, ich mache Ihnen Licht. Kommen Sie, kommen Sie. Sie sehen, ich kenne mich hier aus. Ja, da ist die Bibliothek und dahinter. Moment, die Tür ist zu, die war offen. Jemand hat sie zugemacht. Haben Sie sie zugemacht? Nein. War sie denn offen? Ja, ja, offen. Also nicht ganz offen, halb offen. Kommen Sie mal herein. Da hat er gelegen. Hier, hier an dieser Stelle. Der Kopf war ungefähr hier. Ja, jemand muss ihn weggeschafft haben. Ich schwöre Ihnen, dass hier ein Toter gelegen hat. Ich habe ihn gesehen, genauso wie meine Frau ihn gesehen hat. Hilde. Ja, da lag er, da. Was sagen Sie dazu, Frau Baum? Ich verstehe kein Wort. Es hat hier nie einen Toten gegeben und niemand ist weggebracht worden. Sind Sie betrunken? Ich bin nicht betrunken. Aber Sie haben heute Abend was getrunken? Ja, ja, meine Frau und ich, wir waren eingeladen und haben ein bisschen was getrunken, aber doch nicht so viel, dass ich nicht wüsste, was ich gesehen habe. Frau Baum ist krank, kein Zweifel daran bestehen, dass Herr Stetner heute Abend hier in diesem Hause war. Er sagte, weil er telefonieren wollte. Also die Haustür sei offen gewesen, da sei er reingekommen, er habe laut gerufen. Wie lange ist das jetzt her? Na, ungefähr eine Stunde. Wo waren Sie um diese Zeit? In der Sauna. In der Sauna. Und wo befindet sich die Sauna? Im Keller. Also Sie waren in der Sauna? Sonst war niemand im Haus? Nein, niemand. Es war jemand da. Der Wagen vor der Tür, der weggefahren ist. Ich habe ihn gesehen mit meinen Augen, wir haben ihn gesehen. Er fuhr rückwärts raus und hat noch meinen Wagen gerammt. Ich wüsste nicht, wer das gewesen sein könnte. Sie sagten, der Tote sei voller Blut gewesen? Ja, ja, ich wollte ihm helfen. Ich dachte, er wäre ohnmächtig, wollte ihm hochhelfen. Und da, da sah ich, dass er tot war und voller Blut. Und hier, sagen Sie, lag der Kopf? Ja. Ist nicht zu sehen. Auf dem Teppichboden nicht, auf dem Teppich. Ist kein Blut zu sehen. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Dieser Raum hier, das ist das Arbeitszimmer von, wie war noch der Name? Dr. Stoll. Das wird Dr. Stoll sein. Wer steht denn da in der Einfahrt? Man kommt ja gar nicht rein. Polizei ist im Haus. Polizei? Wo ist der Doktor? Kommst du mal? Was ist denn das für ein Wagen? Ich weiß es nicht. Frau Baum sagt, die Polizei sei im Hause. Na nun, na nun. Was höre ich? Die Herren sind von der Polizei? Was führt sie zu mir, so spät in der Nacht? Ja, Herr Stettner, jetzt erzählen Sie mal. Kann ich mal telefonieren? Ja, bitte. Hier draußen. Ja, die Sache war so. Meine Frau und ich, wir kamen von einer Einladung. Wir kamen mit unserem Wagen diese Straße entlang und hatten eine Reifenpanne. Direkt vor ihrer Einfahrt. Derrick, schick mir mal zwei Kollegen vom Erkennungsdienst. Moment, ihr kriegt die Adresse. Danke. Ist das Ihr Wagen? Ja. Das ist ja eine Geschichte. Was sagst du dazu, Eureich? Das ist ja eine Geschichte wie aus einem Roman. Ein Toter. In meiner Bibliothek. Und der jetzt nicht mehr da ist. Na hören Sie. Da muss ich aber erst mal was trinken. Frau Baum. Einen Drink. Einen kräftigen. Ja, Herr Doktor. Darf ich mal hineinsehen? Na ja, gehen Sie nur. Hier? Wo? Wo genau? Na da. Da vor dem Schreibtisch. Und der junge Mann, der den Toten gesehen hat, ist ab durch die Mitte. Hat einen Ehrenschrecken gekriegt, was? Und hat dann gleich die Polizei alarmiert. Ist richtig, ja. Und nun gibt es keinen Toten. Na was sagt man denn dazu? Sie haben eine Halluzination gehabt. Ja, das würde ich auch sagen. Wer sind Sie? Was machen Sie? Ich bin Angestellter in einem technischen Betrieb. In einem technischen Betrieb? Na, da müssen Sie doch Ihre Sieben Sinne versammeln haben. Ja, aber es passiert zuweilen, dass Sie einem abhanden kommen. Wenn Sie mich fragen, ich habe Verständnis dafür. Na, na was passiert nun, nachdem kein Toter zu finden ist? Sie sind der Hausherr. Ich bitte um die Erlaubnis, Ihr Haus durchsuchen zu dürfen. Was? Was wollen Sie? Na warum nicht? Sie haben die Erlaubnis. Stellen Sie alles auf den Kopf, vom Keller bis zum Boden. Ich habe nichts dagegen. Hi, das werden die Kollegen sein. Mhm. Guten Abend. Wir schauen uns im Haus um. Gehen Sie mal oben rauf, bitte, und wir zwei schauen unten rauf. Was machen Sie beruflich, Doktor? Ich habe eine pharmazeutische Fabrik. Fabrik ist zu viel gesagt. Ein kleines Labor mit einem guten Namen. Mit einem sehr guten Namen. Was stellen Sie denn her? Chemie. Wir sind international bekannt. Grund heraus gesagt, ich, Doktor Stoll, bin ein Ass. Auf meinem Gebiet. Es gibt viele Wege, den kranken Menschen zu heilen. Die meisten sind vergeblich, vergebliche Liebesmühe. Wirklich helfen kann man ihm nur mit Chemie. Temporär natürlich, temporär. Vielen Dank. Wo kommen Sie denn jetzt her, Herr Doktor? Ich komme direkt aus dem Labor. Kann ich mal Ihre Ausweispapiere sehen? Bitte. Besten Dank, Doktor. Schon gut, schon gut. Suchen Sie jetzt Ihren Toten. Nichts, Stefan. Wir haben alles durchs Suchzimmer, Keller, Speicher, überhaupt nichts. Die Sauna? Die ist noch warm. Habt ihr draußen nachgesehen? Ja, da sind die Kollegen gerade dabei. Sie glauben doch nicht, dass ich gelogen habe. Ich habe keine Halluzination. Andererseits können wir nichts machen ohne einen Toten. Nichts. Danke. Danke. Es sieht nichts aus, als ob Sie Erfolg gehabt haben. Nein, es sieht so aus, als wären wir alle das Opfer einer, wie soll ich es nennen, Mystifikation. Anscheinend. Tja, anscheinend. Trotzdem, äh, kommst du mit, Harry? Schauen wir uns noch mal die Bibliotheke an. Warten Sie. Na, haben Sie den Toten gefunden? Nein, im ganzen Hause nichts gefunden. Und im Garten. Haben Sie auch den Garten, das Junge? Auch den, ja. Bis in den letzten Winkel? Bis in den letzten Winkel. Ja, das ist eine erstaunliche Geschichte. Ja, das ist sie wirklich. Die jungen Leute sind unglaubwürdig. Das ist schwer zu sagen. Ja, ohne den Toten ist die Geschichte nicht viel wert. Nein, aber wenn es sie an den Toten gegeben hat, dann werden wir auch erfahren, wer es war denn irgendwo. Ich meine, irgendwo, da wird ja jemand fehlen. Sehr gut. Sehr gut und sehr logisch. Einleuchtend. Irgendwo wird jemand fehlen. Wir gehen noch mal da ins Arbeitszimmer. Äh, darf ich Sie bitten, uns allein zu lassen? Ja, ich soll Sie alleine lassen? Ja, ist ja nur für einen Moment. Na, sehr gerne. Aber Sie werden doch, äh, doch nicht alles durcheinander wollen. Keine Angst, dauert noch ein paar Minuten. Was hast du denn vor? Tja, die Städtners haben hier einen Toten gesehen, also glauben wir Ihnen doch mal. Also hier lag ein Mann mit einer Verletzung, hat stark geblutet. Jetzt hebe ich mal den Schreibtisch hoch und du schaust dir den Teppich an. Moment mal. Ja. So. Okay. Hier sind zwei Eindrücke. Ein starker, ein starker, ein weniger starker, wo jetzt der Schreibtisch steht. Na ja, eins ist sicher, Schreibtisch ist verstellt worden. Vielleicht ist der Teppich ausgewechselt worden, ne? Weil er blutig war? Ja, also hier lag ein Toter. Die Frage ist doch jetzt, warum wird das verschwiegen? Wer verschweigt hier etwas? Wir kennen drei Personen, die Haushälterin, Dr. Stoll und seinen Neffen. Wissen die alle nichts? Oder wissen nur zwei nichts? Oder nur einer? Oh, warte mal, hier ist ein Kalender. Der heutige Tag. Die Telefonnummer, notier die bitte mal. Na, Frau Baum, bringen Sie mir noch einen, ne? Denkt mir, habe ich auch Hunger. Kann man noch was kriegen? Oh, sagen Sie nur, was Sie haben möchten. Na, machen Sie nur irgendwas. Ja. Du hast wohl keinen Hunger. Nein, gar nicht. Kann ich Ihnen noch irgendwie behilflich sein? Nein, danke. Also alles in Ordnung, wie? Um die Angelegenheit zum Abschluss zu bringen, brauche ich Ihre Aussagen noch schriftlich. Nicht jetzt. Morgen. Na, wie Sie wollen. Sehen Sie, Herr Dereck, hier ist der Wagen beim Rückwärtsfahren dagegen geknallt. Ja. Ja, es ist schon sehr spät, aber vielleicht kommen Sie noch mit ins Präsidium, nicht? Kümmert Ihr Euch um den Wagen, bitte? Ja, Dereck. Danke. Nun, versuchen Sie einmal, uns den Toten zu beschreiben. Gut, ich will's versuchen. Aber es ist nicht leicht. Du hilfst mir dabei, ja? Hm. Also, der Mann war ungefähr Mitte 50, hatte glattes Haar und einen grauen Anzug an. Beschreibe ich das richtig? Ja, so würde ich den Toten auch beschreiben. Ja. Ja, jetzt fällt es mir auch auf. Die Beschreibung, das hätte Dr. Stoll... Nein, das ist gar nicht möglich. Der Mann, den wir gefunden haben, der war tot. Der Wagen, der rückwärts rausfuhr, können Sie den beschreiben? Ja, das... Das könnte ein Mercedes gewesen sein, ein dunkler Mercedes. Und drinnen saß nur ein Mann. Und daran erinnern Sie sich genau? Ja. Nur verlangen Sie jetzt nicht von mir, dass ich ihn beschreibe, das könnte ich nicht. Nur verlangen Sie jetzt. Ja, das war ja vielleicht ein Abend. Das ist doch Irre. Ein Platten, ein Toten, Kriminalpolizei. Hast du gelesen, wo wir waren? Mordkommission. Und dann kein Toter da. Natürlich war er da. Die Polizei glaubt auch, dass er da war. Ja, aber wie stehst du denn da? Rennst der Polizei, meldest einen Mord. Und das war ein Mord. Das kann mir keiner erzählen. Ja, und dann finden die keinen Toten. Das ist doch eine irre Geschichte. Hast du mal ein Bier? Ja. Naja, und das ganz Verrückte ist ja, wenn die keinen Toten finden, was willst du denn da machen? Du kannst doch gar nichts machen ohne einen Toten. Telefon? Was denn? Zwei Uhr in der Nacht? Hallo, Stettner? Ja, Stettner selbst. Wir haben Apparat. Das Kennzeichen NCR 4514. Ja? Ja, das ist mein Wagen. Was ist denn damit? Hallo? Hallo? Aufgelegt. Das ist ja ein Ding. War ein Mann dran. Fragt, ob ich Stettner bin. Ich hab ja gesagt. Na ja, hast ja gehört. Dann unsere Wagennummer und... Ja, aufgelegt. Und was bedeutet das? Mein lieber Mann, du. Da ist aber noch was im Busch. Gehen wir jetzt? Wir können nicht mehr tun. Oder bist du das ganze Haus nochmal auf dem Kopf stehen? Das muss der Staatsanwalt entscheiden. Wir wissen ja nicht einmal, ob der Tote wirklich tot war. Wie kann das ein Laie beurteilen? Und die Verletzung? Was war das für eine Verletzung? Der Staatsanwalt braucht einen konkreten Anlass. Und in diesem Fall, wenn es überhaupt einer ist, was ist da schon konkret? Mhm. Der Rick? Ja, Herr Stettner? Es war ein Mann? Ja, ist gut. Nein, nichts. Halten Sie uns auf dem Laufenden, wenn Sie wieder angerufen werden. So. Jetzt wird der Fall doch langsam konkret. Guten Morgen, Frau Baum. Guten Morgen. Sind die Herren noch da? Herr Dr. Stoll ist noch im Haus. Herr Stoll war schon im Labor. Danke. Guten Morgen, Herr Doktor. Ich störe Sie, was? Aber nicht im geringsten. Danke. Haben Sie schon gefrühstückt? Ja, ich... Sagen Sie nicht so schnell nein. Sehen Sie sich erst an, was es gibt. Da fehlt nichts. Das Frühstück von Frau Baum ist erster Klasse. Na? Ja, ja. Ich setze mich gerne, trinke einen Kaffee mit Ihnen. Wenn Sie erlauben. Na, wenn Sie erlauben, wenn Sie erlauben. Ich erlaube. Frau Baum, bringen Sie alles, was man braucht. Messer, Gabel, Teller, Tasse und noch etwas Straßburger Gänseleber. Aber, ja, leisten muss man sich's halt können. Na, Sie können's ja. Sie sind ja ein erfolgreicher Mann. Ich? Erfolgreich. Ja, aber ausgesprochen. Wissen Sie, wie man mich nennt in der Branche? Ein Glückskind. Diese Hände, Glückshände. Was ich anfasse, verwandelt sich in Gänseleberpastete, wie Sie sehen. Wie Sie sehen. Woran arbeiten Sie, Dr. Stoll? Ja, sehen Sie, das ist ein weites Feld, ein weites Feld. Ich sagte ja schon, der Mensch kommt nicht aus ohne Chemie. Keine Stelle an seinem Körper, die ohne Chemie auskommt. Aber das mache ich nicht. Der Körper interessiert mich nicht. Der Geist ist ja viel interessanter. Und genauso abhängig von Chemie. Was keiner wahrhaben will. Und jeder ist so stolz wie möglich darauf, eine eigene Schöpfung zu sein und Herr seiner selbst, was er nicht ist. Was er nicht ist. Alles kann man ihm nehmen oder geben. Sein Selbstvertrauen, seine Ruhe, sein Stolz, seine Trauer. Mit ein bisschen Chemie. Also Psychopharmaka. Ja, ja, das ist das richtige Wort. Kommen Sie, greifen Sie zu. Danke. Lassen Sie nur, Frau Baum, ich mache das schon. Ich bediene Herrn, wie war doch der Name? Derrick. Kriminalpolizei, nicht wahr? Welche Sektion? Sagt man Sektion? Ich gehöre zur Mordkommission. Ach. Ja, ja, natürlich, Sie suchen ja einen Toten. Suchen Sie ihn immer noch? Ja, also sagen wir so, die Ereignisse hier in diesem Hause, die haben noch keine plausible Erklärung gefunden. Also, wenn ich Ihnen helfen darf, mal aus meiner Arbeit heraus gesprochen, es gibt keine Wahrnehmung, die absolute Wahrheit für sich in Anspruch nehmen kann. Jede Wahrnehmung ist relativ. Was die jungen Leute gesehen haben, glauben sie nur gesehen zu haben. Und ihnen bleibt nur übrig zu glauben, was geglaubt wird. Womit ich ausgedrückt habe, was das Elend der Menschen ist. Wollen Sie nicht doch zugreifen? Nein, danke. Nun dann, was machen wir denn jetzt? Ich hätte Sie gerne begleitet. Ins Labor. Mich begleitet? In mein Labor? Ja, Sie gehen doch jeden Tag ins Labor. Natürlich, natürlich. Aber wozu wollen Sie mich begleiten? Um zu glauben, was ich glauben soll. Sie gebrochen meine Worte. Aber ich habe gemeint, was ich gesagt habe. Es war kein Spiel mit Worten. Nun, dann gehen wir jetzt. Ich hole nur meine Aktentasche aus meinem Arbeitszimmer. Originale. Nur Originale. Verstehen Sie was von Bildern? Sie haben da einen unglaublichen Wert. Sind Sie Sammler? Sammler. Nun ja, es sammelt sich allerlei zusammen im Laufe der Zeit. Das Interesse hat seine Phasen. Es hat sich mal auf Bilder gelegt. Mehr auf die Namen, die unter den Bildern stehen. Frau Baum, ich gehe dann ins Labor. Ja, Herr Doktor. Bitte. Fahren wir mit Ihrem Wagen? Ach nein, den lassen wir hier stehen. Ja, ist gut. Ah. Kommen Sie. Ich fahre nicht gern, wissen Sie. Meistens fahre ich mit meinem Neffen ins Labor. Ach, Moment. So. Danke. Obwohl es ein Staatswagen ist. Velour. Alles Velour. Echt Velour. Und fährt sich hervorragend. Ja, ich warte. Nummer gehört zum Hotel. Hallo? Ja, hier ist Kriminalpolizei, Inspektor Klein. Ich habe eine Frage. Und zwar wohnt bei Ihnen ein Gast, ein Doktor. Ja, und jetzt wird es schwierig. Ich habe hier nämlich nur die ersten beiden Buchstaben. N-O. Ja, vielleicht können Sie... Danke. Ja, das ist für die Kriminalpolizei. Nolde. Aha. Doktor Nolde. Ach, Frau Doktor Nolde. Ist die im Haus? Nein, nein, Sie brauchen mich nicht zu verbinden. Danke. Wiederhören. Mit Frau Doktor Nolde hat er telefoniert. So, jetzt haben wir hier noch eine zweite Nummer. Kein Buchstaben, kein Namen, kein gar nichts. Doktor Nolde. Hallo? Einen Moment, bitte. Ein Reisebüro. Ja, grüß Gott, hier ist Kriminalpolizei Klein. Ich habe eine Frage. Kennen Sie einen Doktor Stoll? Ja, richtig. Ja, der hat einen Flug gebucht. Wohin? Gefällt es Ihnen? Ein ganz modernes Labor. Ich habe Wert gelegt auf klare Linien, auf Funktionalität, auf Effektivität. Wissen Sie, es geht ja darum, Fantasie auszuschalten bei meiner Arbeit. Stört Fantasie. Die frei, die ungebundene Fantasie, die wird nicht gebraucht. Bitte. Guten Morgen, Herr Derrick. Guten Morgen, Herr Stolber. Ich habe den Doktor Stoll begleitet, weil ich mich für seine Arbeit interessiere. Wir haben zusammen gefrühstückt. Ah, habt ihr. Ja, Sie interessieren sich für unsere Arbeit im Zusammenhang mit den Offenbarungen der jungen Leute von gestern Abend. Aber wissen Sie, diese jungen Leute, wie Sie sie nennen, die waren nicht betrunken. Sie sind gesund. Also, warum sollten Sie Märchen erzählen? Naja, ich verstehe. Ich verstehe. Sie tun Ihre Arbeit. Und was wollen Sie hier ansehen? Ich will mich nur umsehen. Gut, tun Sie es. Kommen Sie. Ja, was, äh, ist niemand hier? Hast du denn nichts gesagt? Ja, es gab noch keine Gelegenheit dazu. Die Sache ist nämlich die, wir hören hier auf. Das Labor wird von der Universität übernommen. Ja, was, was heißt übernommen? Verkauft. Die ganze Anlage ist verkauft. Wird nicht mehr gebraucht. Wir haben unsere Arbeiten zum Abschluss gebracht. Wir sind nur noch mit der Auswertung beschäftigt. Unsere Patente. Wir haben keine Angestellten hier? Niemand? Doch, doch, der Laborleiter ist noch da. Herr Hansen? Guten Tag, Herr Stau. Tag, Herr Hansen. Grüß Gott, Herr Hansen. Ist der Herr von der Universität? Nein, nein. Von der Universität ist er nicht, oder waren Sie mal auf der Universität? Nein, nie. Man braucht nicht zu studieren, was man braucht, um in einer Mordkommission zu arbeiten. Nein, nein, dazu muss man nicht studieren. Man kann, man muss nicht. Ach, Mordkommission. Ja, ich habe gehört. Herr Stoiber hat mir erzählt, was es da gestern Abend für merkwürdige Dinge bei Ihnen gegeben haben soll. Ja, haben Sie schon gehört? Ja, es soll einen Toten gegeben haben, der in meinem Arbeitszimmer gelegen hat, gelegen haben soll. Ich habe mich schon an einer philosophischen Erklärung versucht und die menschliche Unfähigkeit zur absoluten Wahrnehmung infrage gestellt. Denn es gibt keinen Toten. Ich möchte Ihnen jetzt mein Büro zeigen, Herr Hansen. Kommen Sie, kommen Sie nur. Wir haben einen Mittelentfekt auf dem Gebiet der Schmerzbekämpfung, das revolutionierend wirken wird. Man spürt überhaupt nichts mehr. Und man untersucht, man forscht, man investiert und danach, wenn man Glück gehabt hat, kassiert man. Dabei sind wir gerade. Frau Dr. Nolde, bitte. Ja, ist gut, ich warte. So viel ich rausbekommen habe, ist sie Rechtsanwältin in Frankfurt, hat eine Praxis da. Sehr guten Namen. Rechtsanwältin? Ja. Arbeitet vornehmlich für die Industrie oder mit der Industrie. Hallo? Ach, die ist schon abgereist. Wann? Von der Stunde. Gut, danke, Wiederhören. Haben wir Adresse, Telefonnummer in Frankfurt? Hast du mit dem Ehepaar Stettner telefoniert? Ja, aber da gibt es nichts Neues. Also er wurde nicht wieder angerufen. Und was war bei dir? Naja, das Labor ist nicht mehr in Betrieb. Alle Leute sind entlassen, wie Dr. Stoll sagt. Die Arbeiten sind abgeschlossen, Investieren ist vorbei. Kassieren ist dann der Reihe. Es ist Geld im Spiel. Und wahrscheinlich sehr viel Geld. Du hast recht. Kannst du mal die Universität anrufen, Professor Jahn? Ja, das ist richtig. Die Universität übernimmt das Labor von Dr. Stoll. Teile der Einrichtung. Was ist daran für die Kriminalpolizei von Interesse? Nur die Antwort auf die Frage, warum löst Dr. Stoll sein Labor auf? Er hört auf. Er sagt, er hängt die Arbeit an den Nagel. Was ich verstehen kann. Zudem kann er es sich leisten. Er ist ein überaus tüchtiger Chemiker. Der jederzeit die Universitätslaufbahn hätte einschlagen können. Was er nicht getan hat. Aus einem merkantilen Empfinden heraus. Das man nur als gesund bezeichnen kann. Sie kennen ihn persönlich? Ja. Nicht sehr gut. Ich schätze diesen Mann als Wissenschaftler. Als Mensch weniger. Warum? Warum als Mensch weniger? Da sparen Sie mir eine Erklärung. Zu große charakterliche Unterschiede. Ja, Professor, es käme mir sehr darauf an, was Sie darunter verstehen. Dieser Mann ist ein zu großer Egoist. Egoismus ist die Krankheit der Erfolgsmenschen. Vielen Dank, Herr Professor. Egoismus ist die Krankheit der Erfolgsmenschen. Wer sagt das? Professor Jahn. Von Dr. Stoll. Ist Dr. Stoll ein Egoist? Den Eindruck macht er eigentlich nicht. Aber wie gut kennen wir ihn. Kommen Sie herein, Herr Derrick. Na, jetzt störe ich Sie schon wieder. Aber nein, aber nein. Bitte kommen Sie noch herein. Bitte nehmen Sie Platz. Ich sitze gerade beim Wein. Beim Rotwein. Ein ganz vorzügliches Gewächs. Aus Frankreich. Sie sind allein? Ja, mein Neffe ist im Labor. Er packt die Sachen ein, die nicht mit übergeben werden an die Universität. Frau Baum hilft ihm dabei. Und Herr Hansen, aus diesem Grunde bin ich allein. Sie sind nicht dabei? Du, Kleinkram, Herr Derrick. Damit habe ich mich nie abgegeben. Die Details hindern daran, den Blick zu haben für das Große und Ganze. Obwohl das Leben, das eigentliche Leben, aus Details besteht. Leben genießen heißt, Details zu genießen. Was ich weiß, was ich durchaus weiß. Aber das ist hier die Frage, die man irgendwann einmal beantworten muss. Was man vorzieht. Die netten Kleinigkeiten oder das Große und Ganze. Aber jetzt genießen Sie, wie ich sehe, ein Detail. Richtig, richtig. Und was für alles. Ein prachtvoller Wein. Sehen Sie mal die Farbe. Dunkelrot und leuchtend. Warten Sie, ich hole Ihnen ein Glas. Und dann räumt die Frau die Gläser um. Kleinen Moment. Was sie mir doch sagen muss, kann doch sein, dass ich mal einen Gast bedienen muss. Sie sehen, wie hilflos ich bin ohne meine Frau Baum. Ich verirre mich in Details. Vergeudet Zeit, was des Menschen schlimmstes Verbrechen ist. Obwohl es Leute gibt, die behaupten, die Zeit ist dazu da, um vergeudet zu werden. Nun bin ich gespannt. Probieren Sie mal. Nun? Ist wirklich gut. Na gut, ist ein schwacher Ausdruck. Ihnen fehlt die Fähigkeit, sich zu begeistern. Sieht so aus, als fehlte sie mir. Aber wer kann von Ihnen Begeisterung verlangen? In Ihrem Beruf. Weswegen sind Sie hergekommen? Ähm, ja, Sie hatten eine Verabredung mit Dr. Nolde. Dr. Nolde? Anwaltsbüro, Frankfurt. Aha. Aha. Nun ja, na hören Sie, ich löse alles auf. Verkaufe das Labor und die Patente. Wissen Sie, worum es da geht? Um Millionen. Da werden Verträge gemacht. Da muss alles Mögliche berücksichtigt werden. Ein Vertrag ist ein Feld, auf dem es von Schlangen wimmelt. Haben Sie persönlich mit Dr. Nolde gesprochen? Natürlich, natürlich. Ein gescheiter Mann, der sich auskennt in solchen Schlangengruben. und dann sagte er, ein gescheiter Mann, dieser Dr. Nolde. Ach, er weiß nicht, dass Dr. Nolde eine Frau ist. Nee, das weiß er nicht. Er kennt nicht mal seinen eigenen Rechtsanwalt. Und du hast es ihm auch nicht gesagt? Nein. Harry, Dr. Stoll wusste nicht, wo sich seine Weingläser befinden. Der fummelte da im Schrank herum. Das war nicht das Einzige. Ich hatte überhaupt den Eindruck, der kennt sich in seinem eigenen Haus nicht aus. Und die ganze Zeit da denke ich über etwas nach. Ihr habt mir den Ausweis genau angesehen. Der Name, das Bild, alles in Ordnung, wie es schien. Aber nun frage ich mich, was stimmt hier nicht? Ist dieser Dr. Stoll wirklich Dr. Stoll? Richtig. Ja, aber das Foto im Ausweis? Das war so ähnlich, dass ich keine Erklärung finde. Außer? Ja, außer es handelt sich um einen verwandten Bruder oder Cousin zum Beispiel. Aber das kann man ja feststellen. Dr. Stoll hatte eine Schwester, die Mutter von Herrn Stoiber. Aber er hat auch einen Bruder, Johannes Stoll. Der studierte paar Semester Biologie, Chemie, war aber ganz erfolglos. Dann hat er alles Mögliche unternommen, hat aber kein Glück gehabt. Ist dann mehrmals in den Konkurs gegangen, fand dann keine Unterstützung von seinem Bruder. Die beiden hatten überhaupt keine Beziehung zueinander, obwohl sie in einer Stadt lebten. Dr. Stoll war seinem Bruder gegenüber absolut gleichgültig. Brüderliche Gefühle gleich null. Der Tote also, den wir nicht finden, war Dr. Stoll. Und sein Bruder hat seinen Platz eingenommen. Was aber nicht geplant war. Nicht geplant? Das Ehepaar Stettner, die Reifenpanne. Richtig. Richtig, die entdeckten den Toten und zwangen den Mörder oder die Mörder zu handeln. Die dann innerhalb von einer Dreiviertelstunde für Ersatz sorgten. Ja. Ein Toter? In meiner Bibliothek und der jetzt nicht mehr da ist. Na hören Sie, da muss ich aber erst mal was trinken. Frau Baum, einen Trink. Einen kräftigen... Verbinde mich mal mit Dr. Stoll. Das heißt, mit seinem Bruder. Auch Doktor? Nein, der Bruder nicht. Der hat jetzt sein Studium aufgegeben. Dann kommt jetzt das Gespräch mit dem Anwaltsbüro in Frankfurt. Ah, so. Hallo? Ja, grüß Gott. Ich hätte gerne Frau Dr. Nolde gesprochen. Danke. Derek? Nolde? Ja. Ja, deswegen habe ich ja zurückgerufen, um jeden Irrtum auszuschalten. Frau Doktor, haben Sie gestern in München mit Dr. Stoll verhandelt? Nicht nur gestern. Ich verhandle seit einer Woche mit ihm. Ja, natürlich mit ihm persönlich. Schließlich handelt es sich um Weltrechte. Der Vertrag ist abgeschlossen? Ja, er ist abgeschlossen. Nein, nicht mit ihm selbst. Ein Bevollmächtigter hat die letzte Unterschrift geleistet. Das war ein gewisser Stäuber. Ein Neffe von Dr. Stoll. Warum fragt die Polizei danach? Es handelt sich um Ermittlungen und möglicherweise in einem Mordfall. Besten Dank, Frau Doktor. Kriminalpolizei Klein. Guten Morgen, Frau Baum. Wir hätten gerne Dr. Stoll gesprochen. Dr. Stoll ist heute morgen nach Zürich geflogen. Ach, der ist nach Zürich abgeflogen. Stefan, das haben wir ganz vergessen. Das Reisebüro, das Ticket nach Zürich. Frau Baum, ist der Stoiber da? Herr Stoiber? Einen Moment, bitte. Ja, bitte, Stoiber hier. Ah, guten Morgen, Herr Derrick. Nein, der ist in Zürich. Was er dort macht? Er führt Verkaufsverhandlungen mit den Amerikanern, die sich für seine Patente interessieren. Mein Onkel trifft sich mit den Leuten im Grand Hotel Trolle. Na, bitte sehr. Gern geschehen. Bitte hören. Führt Verkaufsverhandlungen in Zürich mit Amerikanern? Über eine Sache, die ja längst verkauft ist. Längst verkauft ist? Was macht da so in Zürich? Dieser Dr. Stoll, der ja gar nicht Dr. Stoll ist. Der keinesfalls mit irgendwelchen Leuten verhandelt. Weswegen? Weswegen ist er in Zürich? Oder fragen wir so, wer hat ihn da hingeschickt? Der Stoiber ist hier. Ach so, und der andere, der... Laborleiter, der Hansen. Harry, Dr. Stoll ist tot, er ist ermordet worden, da gibt's gar keinen Zweifel. Dann hat man seinen Bruder genommen, hat ihn an seine Stelle gesetzt, ist also ein Mann, der für den Mörder oder die Mörder doch wahrscheinlich eine Gefahr darstellt, nicht? Ja, meinst du, die wollen ihn verschwinden lassen, oder was? Wann ist er abgeflogen? 10.30. Das ist ja jetzt schon in Zürich, Grand Hotel Troller. Vermittlung? Ja, das Grand Hotel Troller in Zürich, dringend bitte. Das ist ja jetzt. Ja? Ja, ich dachte, Wir können Sie doch hier nicht allein lassen. Nein, sehr gut. Sehr gut, dass Sie da sind. Ich fühle mich wirklich nicht wohl, in Zürich zu sein und nicht zu wissen, warum. Wie sind Sie gekommen? Mit dem Flugzeug? Nein, mit dem Wagen. Mit dem Wagen? Da müssen Sie doch schon ganz früh losgefahren sein. Ja, bin ich auch. Warum haben Sie mir das nicht gesagt? Hat man Ihnen das nicht gesagt? Nein. Das Flugzeug war ausgebucht. Nein, nein, es waren noch Plätze frei. Die Maschine, meine Maschine war nicht voll. Ach, da habe ich eine falsche Auskunft bekommen. Da hätte ich mir ja die anstrengende Reise sparen können. Aber nun bin ich einmal hier, machen wir einen Ausflug. Ja, ich war schon ganz verzweifelt. Ich wusste nicht, was ich tun sollte in Zürich. Ähm, gehen wir? Ja. Kommen Sie. Okay. Besten Dank. Stoll ist nicht auf seinem Zimmer. Los jetzt, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Es war absolut ähnlich, dass Sie, dass Dr. Stoll in Zürich sind. Und ja, ich bin es ja, ich bin es ja. Ihr Wagen? Ja, meiner. Ach, Sie waren das mit dem Wagen. Ja, ich war das. Der Wagen bleibt ja auch hier, wird zu Hause als gestohlen gemeldet. Sehr gut. Sehr gute Überlegungen, die Sie anstellen. Sie wissen immer, was Sie wollen. Ja, meistens, bitte. Steigen Sie ein. Sie sind festgenommen, Frau Baum. Sie auch, Herr Stoiber. Frau Baum, das hat doch keinen Sinn. Wir wissen, dass Dr. Stoll tot ist und dass sein Bruder seine Stille eingenommen hat. Sie können Ihre Lage doch nur verbessern, wenn Sie jetzt rückhaltlos offen sind. Es ging um die Patente. Um den Verkauf der Patente. Soweit ich es mitbekommen habe, wollte ein Konzern über ein Frankfurter Anwaltsbüro die Patente aufkaufen, um sie nicht zu verwerten, um ein eigenes Produkt gegen Konkurrenz zu schützen. Sie wollten Millionen dafür zahlen. Dr. Stoll hingegen wollte eine eigene Publikation in der Schweiz aufmachen. Herr Stoiber und auch Herr Hansen waren dagegen. Geld bar auf die Hand war ihnen Liebe. Dr. Stoll war so aufgebracht, dass er plötzlich sagte, Ihr werdet sowieso keinen Pfennig davon sehen. Ihr bleibt, was ihr seid, meine Angestellten. Wer ist da? Am Telefon war sein Bruder, der offenbar Dr. Stoll um Geld bat. Wenn du Geld brauchst, verdient er welches. Ich bin kein Wohltäter. Für niemanden. So, und jetzt ist genug für heute. Ich will kein Wort heute mehr hören. Obwohl ich in der Küche war, habe ich alles mitbekommen. Ich hörte auch den Schuss. Und kurz darauf kamen die Herren in äußerster Erregung zu mir in die Küche. Hallo? 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 Ist da jemand? Wir hörten einen Mann, der andauernd Hallo rief. Ist da jemand? Geh nicht weiter, Werner. Warum denn nicht? Dann kam auch noch eine Frau herein. Ja, was denn für Leute? Ist ja keiner da. Wer weiß, wo sie sind. Vielleicht oben. Ach, die hätten uns längst hören müssen. Sieh mal, da ist noch ein Raum. Hallo? Sie gehen in die Bibliothek. Ich haue ab. Nein, weil ich muss weggehen. Hallo, sind Sie verrückt geworden? Die jungen Leute verließen das Haus. Es war zu erwarten, dass sie die Polizei alarmieren. Was tun? Wir überlegten hin und her, bis Stoiber sagte, man darf den Toten nicht finden. Wir werden sofort seinen Bruder holen. Für eine Million tut er alles. Für eine Million tut er alles. Herr Stoll ist in Zürich. Wer ist noch da? Herr Hansen. Wer war es? Waren Sie es, der meinen Bruder getötet hat? Ja. Ich war es. Und wo ist er? Der Toten. Als Stoiber sie abholte, befand er sich im Kofferraum. Und wo ist er jetzt? Im Keller meines Hauses. Den passen dann auch zu mir noch. Ich wüsste ihn. Damit würden Sie uns sehr helfen. Wo? Auf dem Friedhof. Ich wollte nur wissen, wer es war. Und wo sie ihn hingebracht haben. Eine Million. Die Leute hatten etwas vergessen. Ich war sowieso der Erbe. Daher das... Das Spiel? Das mir nicht leicht gefallen ist. Auf dem Friedhof. Also. Amen. Amen. Amen.